Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Bitsche kann ja auch. Wenn noch Bitsche sind, kann ich. Schlecht immer aus, Familie. Hallo. Hallo. Hallo, mein Nummer ist. Hallo. So, und jetzt können wir zusammen los, haben wir jetzt. Im Eifer. Und den noch? Wir haben die Nummer. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Machst du das? Ja. Hier sind die Liedersgespräche. Was ist das? Die weißen Tod. Wir werden schon wiederkommen. Wir müssen auch in den Schlüssel dabei sein. Hier sind die Liedersgespräche. Ja, das ist richtig. Was ist die Leiter? Was ist die Leiter? Also, hier sind die Pferde herzliche, dass sie die Indie sehen. Eine leere Aufnahme bitte. Dieses Pferd heißt Stemla. Gleich daneben, nein, 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 bitte. Gleich, ja, hier, daneben ist Lady. Moment, acht und acht. Hier drin ist, wie heißt die, Demi, Demi. Und diese haben wir gekauft, oder? Ja, und das ist die Tiefel. Und dann gibt es noch die andere. Ja, die sind alle weg. Hier sehen Sie den Wiener Thomas Dieter. Und deinem leckerlichen Gepferd. Ja, absolut, wie wir mit unserem Arm gefährt. Ja, eine echte Aufnahme. Wir haben leider auch Bernstein vergessen zu filmen, weil Max seine Fotokamera vergessen hat. Ja, das ist zum Beispiel ein Grund, und deshalb muss diese Ausnahme leider aushalten. Stopp, habe ich auch ebenfalls vergessen. Das ist die nächste werbende Karte. Ja, das ist die nächste werbende Karte. Schau, schau. Ja, das ist die nächste werbende Karte. Was sie jetzt hören, gleich das Pferd, es ist ein Pferd, das versucht zu entkommen. Und dieses Pferd ist fünf Stunden länger als eine halbe Stunde, Frau Knabernhauti, oder? Ja, fünf Stunden länger als eine halbe Stunde. Hey, Elias! Nee, ich glaub das auch. Vorher hab ich die kurz gefühlt. Hier hinten ist ein Pferd schon mit einer halben Stunde aus dem Tor schlägt. Die Hütten legt aus und das alle in Panik geraten lassen. Die Hütten legt weg. Die Hütten legt weg. Aber sie sind fertig. Die Hütten legt weg. Die Hütten legt weg. Die Hütten legt weg. Die Hütten legt weg. Willst du nicht? Komm doch mal! Wachst, nicht ein Juni, hm? Ja, was ist mit dem Pferd? Ja, ich will nicht. Ich schlug dich. Wer ist der Rudolf? Da schläft der Rudolf oder ihm schläft der Raphael. Auf der Seite schläft der Philipp und dann schläft der Max. Ja, gut! Und jetzt gehen wir... Und das? Das ist und ein Elias und ein Simon, seit Simon. Ziemlich bequem mit Fernseher, wenn man das einschauen lernt. Ja, aber so viele Kasten... Und da, wenn man da auch die Wille... Das hier... Das hier ist ein Simon, sein Schlafraum. Ja... Ja... Jede Nacht wird er einwillig auf dem Klo. Ja... Jetzt hat er gerade... Au! Da war Nina, die Verrückte, die Dom und der Schaf... Tada! Da ist die Nummer in Großaufnahme. Das Pferd hat sich wieder beruhigt. Das Pferd hat sich wieder beruhigt. Beruhigtet Elias? Ja... Krimm... Ähm... Leider, leider, leider... Es bringt... Einigermaßen... Ich habe mir heute nämlich... Eine Warnung. Und das hier... Ach, das hört man nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Aber das geht... Und... Ich... 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 Das ist doch... Ich... 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 Fisch... 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 Es... Gehla geht lang! Das ist ein drittines Gubbelang. Die beiden sind... Affairs... einterminat und das wird es jetzt gerade wieder gespielt... Dann hat er wieder erreicht da! Oder wenn er die vermeintrolle הckere es. Ist doch... toldo rein strils nun. Eisen... Nundf ps違... Musik 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 6. 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020